So, willkommen zurück zu Frieden, ja, also Frieden um 2, mit 3. So. Okay. Ah, kommt her. Dann verfleiche ich euch. Aha. What the fuck? Oh Mann, Alter. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage gefühlt nur noch Mindtest gespielt, weil ich den kompletten Mind-Clone-Server bei mir umgestellt habe. Ich habe jetzt so viel Mindtest intus, da mal wieder richtig gut Brudel-Doom spielen. Das ist mal wieder eine gute Affektung. Okay, okay. So. So. Okay. So. 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 Kacke, Kacke! Hey, wo ist die... Wo ist die andere Winikaner hin? Wow! Ah, er passt mal wieder unten hier. So, okay. Okay, okay, okay. Können wir hier rein? So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Oh, 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 oh. No! Neff töten diese Viecher! Achja, hier war er wieder mit. Genau das. Wow! Okay. So, hier ist jetzt spaßig. Da brauchen wir keine Ahnung, wie wir das machen. Ah, das war mir schon fast klar, dass es jetzt kommt. Oh, ja. Ich muss jetzt durch den Schalter drücken. Hä? War doch der Rechte für dich jetzt gescheuert? Ach! Ja, genau. Den Linken muss ich drücken. Hä? Seemination! Entschuldigung. Okay. Diese Falle ist so nervtötend. Okay. Gut. Jetzt haben wir die gelbe Karte. Die blaue Karte. Und mit der gelben Karte kommen wir hier zurück. Äh, oder auch nicht. Ach da. So. Jetzt wird's ein bisschen spaßig. Da kommt nun der Erste. Wow. Das war fast. Ich guck. Was? 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 Okay. Wow. Wow. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's mal die Map soweit auch mal aufgeräumt. Okay. So. So. Gab's noch irgendwas an Moni, Boni oder irgendwie sowas? Hier gab's noch mal eine Kettensäge. Ja. Hatte ich noch gar nicht interessant. Na gut, dann gehen wir mal in das letzte Verlies, sozusagen. Ich komme eh nicht mehr wieder, leider. Okay. Okay. So. 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 Und das ist aber ne Falle. Das leise ich noch genau. Oder auch nicht. So. 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 Nein! Fuck. Egal. Ja, hab's noch geschafft. Normalerweise bittet man ja mit der Level leider immer genau, bevor man die Waffe aufsammelt. Das heißt also, ja, verschwendet. Aber diesmal hab ich's tatsächlich geschafft. Big Save. Oh Gott. Ja. Das. Achso, ich hab gerade Spaziermunition sowieso dazu bekommen, ist ja, naja, man weiß nicht so viel, aber gut. Besser als gar nichts. In dem Sinne, schau mit v.